Ja, hi Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist jetzt kein reguläres Video. Es geht nur darum, dass wir euch darum bitten würden, dass ihr bitte Vorschläge für ein 100-Abo-Special oder Wünsche für den Kanal in die Kommentare schreibt. Wir haben mich jetzt schon mehrmals darum gebeten, aber ihr habt einfach nicht gemacht. Und wir haben zwar ein paar Ideen für Videos, aber wir würden einfach gerne haben, dass die Idee für das 100-Abo-Special aus der Community ist. Und deswegen bitte ich euch, schreibt was in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Ich hoffe, ihr macht das und wir sehen uns bald wieder. Ciao!